»Und jetzt zu eurer Wette«, spricht Odin. Brock tritt vor und zeigt den Asen seinen goldenen Ring. »Er heißt Draupne«, erklärt er, »aber ihr ahnt gar nicht, wie wertvoll er ist, denn über Nacht tropfen aus diesem Ring acht genauso große Ringe hervor. Dies ist ein Geschenk meines Bruders für Odin.« Dann zeigt er den goldenen Eber vor. »Er heißt Gullborste und ist schneller als das schnellste Pferd«, erklärt er. »Er kann durch die Luft und auf dem Wasser laufen, und wo er hinrennt, da wird es nie dunkel, so hell schimmern seine Borsten. Das, frei, ist unser Geschenk für dich.« Endlich holt er den Hammer hervor, den Sinder geschmiedet hat. »Der ist für dich, Thor. Er ist härter als Diamant, und wohin du ihn auch wirfst, er wird immer zu dir zurückkehren. Sieh nur.« Und er schleudert den Hammer weit fort und fängt ihn wieder auf. Jetzt ist Thor glücklich über sein neues Spielzeug. »Oh, das ist noch nicht alles«, setzt Brock hinzu. »Wenn du es wünschst, kannst du den Hammer auch verstecken. Du brauchst ihn nur in deiner Hand verschwinden zu lassen.« »So.« Er macht es vor. Thor kann es nicht erwarten, diese neue, mächtige Waffe auszuprobieren. »Hat er auch einen Namen?« fragt Odin. »Der Hammer heißt Mjölner«, sagt Brock und verneigt sich vor dem Götterkönig. Welches von diesen Geschenken ist das Allerschönste? Die Wahl fällt den Asen schwer. Loki hat es mit der Angst bekommen und mischt sich ein. »Der Hammer ist es auf keinen Fall«, behauptet er. »Schaut euch nur den Schaft an, der ist doch viel zu kurz.« Doch Odin, Thor und Frey sind anderer Meinung. Sie wissen, dass Mjölner der beste Schutz vor Angreifern ist, den sich die Asen wünschen können. »Brocks Geschenk ist unübertroffen«, urteilen sie. »Du, Loki, hast deine Wette verloren.« »Das kostet dich deinen Kopf«, sagt der Zwerg und zieht sein Schwert. »Aber mein Lieber«, wendet Loki ein, »was hast du denn davon, wenn du mich umbringst? Mit einem toten Kopf kannst du doch nichts anfangen. Willst du nicht lieber einen Haufen Gold haben? Ich zahle dir Kopfgeld, so viel du willst.« »Gold haben wir selber«, sagt Brock. Da versucht Loki, sich aus dem Staub zu machen, doch Thor ist auf der Hut und fängt den Übeltäter ein. »Also gut«, ruft Loki, »wenn es sein muss, dann nimm eben meinen Kopf. Nur den Hals und den Nacken darfst du nicht antasten, denn so haben wir nicht gewettet.« Die Asen lachen. Wieder einmal hat Loki es fertiggebracht, den Kopf aus der Schlinge zu ziehen. »Nur Brock ist wütend.« »Verdammt sei deine Lügenzunge«, schimpft er, und im Nu hat er seinen Pfriemen und einen Lederriemen aus der Tasche gezogen und näht damit dem verblüfften Loki die Lippen zusammen. Das ist fast so schlimm für ihn, als hätte ihn seine Wette Kopf und Kragen gekostet, denn ohne sein loses Maul ist er verloren. Die Götter machen sich lustig über ihn, und Loki läuft wütend nach Hause. »Was ist denn mit dir los?«, fragt seine Frau Sigyn. Aber er bringt nur ein unverständliches Stöhnen hervor. Sie ruft ihre beiden Söhne herbei, und gemeinsam ziehen sie den Riemen aus seinen Lippen. Das tut allerdings weh. »Eine Schande, wie sie dich zugerichtet haben«, schimpft Sigyn. »Wo du doch so klug und so tüchtig bist. Eigentlich bist du der Gescheiteste unter den Asen. Nicht einmal Odin kann dir das Wasser reichen.« »Wohl wahr«, brummt Loki und tupft sich das Blut von den Lippen. »Aber meine Zeit kommt noch, und dann werde ich es ihnen heimzahlen.« Lange Zeit hat der Frieden zwischen Asen und Vanen gehalten, aber eines Tages geht er zu Ende. Etwas Großes, Blutiges wird über die Mauer nach Asgard hereingeworfen. Es ist ein Kopf, der über die große Wiese rollt, Mimes' Kopf. Die Wannen haben ihn abgeschlagen, und niemand weiß, warum. Vielleicht, weil er ein alter Freund Odins war? Der König der Asen hebt ihn auf und reibt ihn mit einer Salbe aus Kräutern ein. Er kennt auch die richtigen Beschwörungsformeln, denn mit der Zeit ist Odin ein Meister der Zauberkünste geworden. Und tatsächlich, das Wunder geschieht. Der Kopf wird wieder lebendig. Mime schlägt die Augen auf, er macht den Mund auf und fängt an zu reden. »Was ist passiert?«, fragt Odin. »Es sieht übel aus«, antwortet Mimes' Kopf. »Die Wannen finden, dass sie einen schlechten Handel gemacht haben, als sie Njord, Frei und Freier gegen Hune und mich ausgetauscht haben. Aber dieser Tausch war doch das Unterpfand des Friedens. Außerdem haben die Wannen selber den Hune zu ihrem Häuptling gewählt. Worüber beklagen sie sich?« »Ja«, spricht Mimes' Kopf, »das ist es eben. Diese Wahl haben sie oft bereut. Anfangs ging alles gut, und sie waren froh, dass der Krieg vorbei war. Na also, und was Hune betrifft, so ist er stark und hoch gewachsen, ein echter Häuptling. Ja, er sieht gut aus, das kann niemand bestreiten, aber das ist auch alles, was für ihn spricht, breite Schultern und schmale Hüften. Nur, um ordentlich zu regieren, braucht es auch ein wenig Verstand, und daran fehlt es ihm. »Er hatte doch dich als Ratgeber, Mime«, sagt Odin. »Da konnte er kaum etwas falsch machen.« »Gewiss«, antwortet der Kopf, »aber wie sollte ich denn Tag und Nacht aufpassen, dass er keine Dummheiten macht? Solange ich dabei war, ist alles gut gegangen, aber kaum ließ ich ihn aus den Augen, da wußte er nicht, was er machen sollte. »Das müßt ihr selber entscheiden«, sagte er, »wie soll ich das wissen?« Und dabei bildete er sich noch wunderwas ein. »Du mußt wissen, dass er ziemlich größenwahnsinnig geworden ist. Er wäre es«, behauptet er, »der mit dir zusammen die Welt erschaffen hat. Auch den Menschen hat er angeblich die Seele eingehaucht.« »Dummes Gerede«, sagte Odin, »ja, das fanden die Warnen auch, und eines Tages hatten sie es satt, ihm zu folgen.« »Aber warum haben sie dann dich umgebracht und nicht ihn?«, fragt Odin. »Ich glaube, sie wollten der Welt zeigen, was für ein Dummkopf dieser Hune ist. Ohne mich bringt er nichts zustande und macht sich zum Gespött von ganz Warnheim.« »Das geht zu weit«, ruft Odin erbost, »nicht nur lachen sie Hune aus, der immerhin einer der unseren ist, sie vergreifen sich auch noch an dir, meinem alten Freund.« »Ja«, antwortet der Kopf ruhig, »es reut sie, dass sie Frieden mit den Asen geschlossen haben. Sie glauben, dass sie besser und klüger sind als ihr. »Wenn sie Krieg haben wollen, sollen sie Krieg haben«, sagt Odin, »und diesmal werden wir bis zum Ende kämpfen.« Die Asen rüsten ein mächtiges Heer. Odin teilt seine Truppen in zwei Teile. Die größte Schar, angeführt von Thür, zieht auf dem Landweg gen Warnheim. Thür ist nicht der stärkste unter den Asen, aber keiner ist kühner und unverfrorener. Odin selbst steht an der Spitze der zweiten Truppe. Er wählt den Seeweg. Von Frey leitet er sich das Zauberschiff, das ihm die Zwerge geschenkt haben und das auf dem Land so gut wie auf dem Wasser fährt. Frey und Njord, die von den Warnen abstammen, erlaubt Odin nicht mit ins Fels zu ziehen, damit sie nicht gegen ihre Verwandtschaft kämpfen müssen. Sie bleiben in Asgard, um die Burg im Notfall zu verteidigen. Der zweite Krieg wird härter als der erste. Aber diesmal haben die Asen bessere Waffen und auch in der Zauberkunst sind sie den Warnen ebenbürtig geworden. Der Gegner merkt, dass er der Übermacht der Asen nicht gewachsen ist und zieht sich nach Warnheim zurück. Immer wieder greifen die Asen die belagerte Festung an, aber die Mauern halten Stand, bis endlich dunkle Wolken aufziehen und ein seltsames Dröhnen die Luft erfüllt. Die Asen haben noch eine unangenehme Überraschung für ihre Feinde bereitgehalten. Ein Fuhrwerk, von zwei Böcken gezogen, rollt donnernd über den Himmel. Sein Lenker ist Thor, der, mit Eisenhandschuhen angetan, Blitze in die Festung schleudert. Mit der einen Hand treibt er die Zauberböcke an, in der anderen schwingt er Mjölner, seinen Hammer. Bald fällt die Festung und die Warnen ergeben sich. Hune besiegelt den Frieden und kehrt zu den Asen zurück. Aber diesmal endet der Krieg nicht wie beim ersten Mal. Diesmal sind die Warnen endgültig besiegt. Odin hat keine Lust, ihnen eine dritte Chance zu geben. Er ist schon lange zu dem Schluss gekommen, dass die Welt nicht Platz für zwei Göttersippen hat. Es muss ein Ende haben mit Eifersucht und Rangelei. Aber muss man deshalb alle Warnen umbringen? Nicht unbedingt. Alle, die Odins Herrschaft anerkennen, sollen am Leben bleiben. Odin ist sogar bereit, sie in Asgard aufzunehmen. Er lässt ein großes Gefäß aufstellen und versammelt alle Überlebenden, Asen wie Warnen, um diesen Napf. Jeder muss in das Gefäß spucken, als Zeichen dafür, dass er sich vor Odin beugt. Wer sich weigert, muss sterben. Und so geschieht es. Aus dem Speichel der Götter erschafft Odin eine lebendige Gestalt, einen Mann, den er Quasier nennt, und gibt ihm eine Zunge. Geh zu den Menschen, sagt Odin. Erzähle ihnen von unserem Sieg und lehre sie Weisheit. Weil du aus Götterspucke erschaffen bist, wirst du so klug sein, dass niemand dich etwas fragen kann, ohne dass du die Antwort weißt. Gut, Herr Papier, bitte.